hallo ich begrüße euch das ist jetzt mittlerweile das neunte video zum thema it security datenschutz und sicherheit das thema ist diesmal schutz vor malware im englischen die malware protection ihr seid gerade dabei die endkontrolle zu machen mein neuestes format für online bildungsmaterialien das seht ihr hier dieses video das richtet sich auch an meine kursteilnehmer aus der geförderten weiterbildung und da sind immer einige dabei die deutsch als fremdsprache sprechen dieses video bietet die möglichkeit dass man die ablaufgeschwindigkeit herabsetzen kann mit 75 prozent kann man mich immer noch gut verstehen und kann dann dabei auch die untertitel mitlesen in deutscher sprache und die sind ziemlich fehlerfrei unter einem prozent ist das was falsch erkannt wird manchmal nur ein promille also ein zehntel prozent das was da bei der automatischen spracherkennung von youtube übersetzt wird das geht auch automatisch das ist immer noch ziemlich fehlerfrei das habe ich geprüft indem ich das mit anderen produkten zurück ins deutsche habe übersetzen lassen da ist die fehlerquote immer noch unter einem prozent und das funktioniert bei weit über 100 sprachen deshalb schaut euch das an jetzt kommen wir zum thema eine kurze zusammenfassung schutz vor malware damit ihr also wisst was euch hier erwartet überblick diese antivirenprogramme also das sind die programme zum aufspüren von schadsoftware die umgangssprachliche beschreibung ist eben antivirensoftware die soll verhindern dass diese schadsoftware überhaupt auf den rechner kommt und wenn dann soll sie zumindest entdeckt werden und nach möglichkeit auch entfernt werden täglich gibt es neue schadsoftware das kann man in den einschlägigen foren lesen jede neue schadsoftware die hat eine eigene signatur so wie wir jeder unseren eigenen fingerabdruck haben das heißt da ist also bestimmter teil vom programm der ist dann in den prüflisten der antivirensoftware und die müssen permanent aktualisiert werden alle bekannte schadsoftware ist dann in solchen datenbanken und da sind die signaturen drin verwaltet drin und die werden täglich aktualisiert wer da nicht rechtzeitig ein update macht der hat eine höhere wahrscheinlichkeit dass da was durchschlüpft und sich auf dem rechner breit macht auch wenn ihr die neueste antivirensoftware habt dann seid nicht unvorsichtig klickt nicht unüberlegt auf mail anhänge und eingegangene links selbst wenn sie von mir zu kommen scheinen das muss einen zusammenhang haben mit einer aktivität wenn ich gesagt habe ich schicke euch was als mail anhang und ich schicke euch einen link dann ist das natürlich sehr unwahrscheinlich dass ihr in dem moment gerade eine schadsoftware von irgendeinem der vorgibt konrad renner zu sein bekommt dann kann man das natürlich auch nutzen die antivirenprogramme schieben verdächtige sachen in den quarantäne ordner diesen begriff verwende ich den gibt es und dann ist er auch gegenstand der prüfung viele von euch wollen ja hinterher die prüfung zum computerführerschein machen zum thema it sicherheit gut geschützt ist man immer dann wenn man ein aktuelles betriebssystem hat die lücken im betriebssystem die werden von den anbietern seien es nur microsoft oder apple oder linux die werden nach möglichkeit ganz schnell beseitigt und dann sieht man das ja des öfteren dass da so ein update erfolgt wer windows einsetzt so wie ich hier auf dem rechner wo ich die aufnahme mache der hat auch schon automatisch eine antivirensoftware dabei die ist auch standardmäßig installiert die heißt da defender gucken wir uns am ende auch mal ein bisschen was zu an das hat den vorteil dass man da wenig konfigurieren muss vielleicht auch gar nichts und es fallen noch keine kosten an für mein unterrichtsmaterial da sollen euch auch keine neuen kosten entstehen deshalb will ich euch diese arbeitsmappe zunächst mal vorstellen das video was ich jetzt gerade aufzeichne das könnt ihr euch anschauen wenn er hier oben in der zelle a1 auf den link klickt weil die video id noch nicht da ist stehen hier jetzt noch stellvertretend die x ihr könnt aber auch hier einfach auf das bild klicken das ist der gleiche link zum video die mappe die ihr hier seht die bekommt ihr wenn er hier auf diesen link klickt ich habe das gerade mal getan da seht ihr das funktioniert auch und dann habt ihr diese excel arbeitsmappe im browser geöffnet und könnt damit arbeiten ihr könnt sie auch herunterladen allerdings könnt ihr die hier nur lesend bearbeiten was ist in dieser mappe ich mache das jetzt mal im browser unter dem video seht ihr hier eine kurze erklärung falls ihr deutsch als fremdsprache sprecht und wollt eine andere sprache einstellen oder ihr wollt einfach die ablaufgeschwindigkeit des videos herabsetzen dann sind hier die youtube einstellungen beschrieben einmal hier in deutsch und einmal auf englisch da kann man die abspielgeschwindigkeit beispielsweise auf 75 prozent herabsetzen und dann kann man auch die untertitel in anderen sprachen gut mitlesen während man mich hier deutsch sprechen hört damit das funktioniert müsst ihr bei youtube ein paar einstellungen vornehmen die settings so heißt das im englischen und da muss eingestellt sein dass man immer die untertitel lesen möchte und die auch eingeblendet werden wenn sie verfügbar sind das ist also hier in deutsch beschrieben untertitel immer anzeigen oder wenn vorliegen auch automatische generierte übersetzungen anzeigen so das ist also hier der untere teil dann seht ihr hier die sprachen die ihr auswählen könnt für das was ich jetzt hier in deutsch spreche gehen diese 128 sprachen mittlerweile wahrscheinlich noch ein paar mehr aber als ich das zusammengestellt habe war es eben diese anzahl dann kommen wir hier zu den kurs unterlagen da seht ihr hier zunächst die quellen zu den unterlagen die ihr habt wenn ihr bei der geförderten weiterbildung mit macht in meinem kurs da gibt es hier die herdunterlage ich klicke mal darauf seht ihr die wird dann auch im browser geöffnet da sind allerdings nur die ersten 15 seiten als leseprobe verfügbar und danach kommt dann das kapitel was wir hier haben schutz vor viren und malware und da ist dann einiges beschrieben dazu muss man sagen sind eigentlich nur die ersten beiden abschnitte relevant das installieren der virenscanner das war eben vor sieben jahren noch ein bisschen anders da gab es auch noch kein defender der bei windows integriert war gehen wir mal zurück und da haben wir dann hier die weiteren unterlagen von easy4me aus österreich IT security habe ich ausgewählt da gibt es auch etwas und das ist hier schutz vor malware das ist hier abschnitt 2.2 da steht auch das wichtigste drin was ihr wissen müsst wenn er dann an der prüfung teilnimmt um euch euer datenschutzwissen zertifizieren zu lassen nur ein laufend aktualisiertes antiviren programm kann seine aufgabe erfüllen das ist also das was ich ja eben auch schon mal sagte da steht auch was von quarantäne ordner diesen begriff müsste also auch bei der prüfung kennen software sollte immer aktualisiert werden also das hier ist so die kürzestmögliche form dessen was man braucht wenn man sich auf die prüfung vorbereitet schließe ich jetzt auch beides das hier auch und dann bin ich hier auch wieder bei meiner excel arbeitsmappe die ihr jetzt hier im browser seht darunter findet ihr dann die antiviren software die zusammenstellung in der wikipedia äußerst hilfreich ich klicke mal darauf da ist erst mal eine kurze einleitung was das ist schützt vor computerviren computerwürmern trojanischen pferden und so weiter das sollte man schon mal wissen dann kommt ja auch was zur geschichte seit den 80er jahren gibt es solche viren also auch noch vorm internet im internet ist eigentlich die bedrohung nicht mehr so sehr der virus sondern die wurmer aber das war in den vorangegangenen teilen also schon thematisiert dann gibt es hier die typen von antivirenprogrammen da könnt ihr natürlich selber lesen was ich jetzt hier machen will ist dieser abschnitt da ist eine sehr informative tabelle über antiviren software empfehle ich das was hier in deutschland sehr verbreitet ist avira das steht hier oben ich hatte als der defender noch nicht so gut war vor der windows version 10 hatte ich avast ist ja also auch aufgeführt kostet aber dann wenn man die vollständige version haben will auch geld viele andere dieser produkte habe ich irgendwann auch schon mal eingesetzt mcafi kaspersky kaspersky ist aber im augenblick mega out weil kommt aus russland und da kann man keinem so richtig trauen zumal ja doch das cyber war auch im internet geführt wird und da weiß man also nicht ist da eventuell ein virus bewusst durchgelassen worden oder eine schadsoftware die uns ausspioniert deshalb sollte man also jetzt auf kaspersky verzichten das was ich auf dem rechner einsetze den ich also auch hier beim vortrag verwende das ist der microsoft defender der ist bei windows gleich mitgeliefert und der ist natürlich auch kostenlos so viel dazu dann gehen wir mal wieder hierhin dann haben wir hier als nächstes einen link virenschutz info vom bsi klicke ich auch mal drauf da ist er jetzt gleich nach unten geblättert der browser und ich will aber oben anfangen da wird dann gewarnt vor falscher antiviren software sowas bekomme ich also auch regelmäßig ihr gerät hat eine infektion und wir haben was für sie und dann soll ich da drauf klicken und so weiter das ist natürlich das falscheste was man machen kann das ist also hier als betrugsmasche auch beschrieben welche virenschutzprogramme oder welches virenschutzprogramm ist empfehlenswert da wird hier unten einiges gesagt es werden hier natürlich keine produkte genannt aber es wird darauf hingewiesen dass kostenlose virenschutzprogramme seriöser hersteller ausreichend sind dazu zählt dann also auch der defender hier unten geht es dann noch weiter wichtig ist die information über die reinigung von infizierten system da klicke ich mal drauf und da findet man dann die angriffsziele zusammengestellt und was man da machen sollte wertvolle tipps ich will die jetzt also nicht öffnen das macht sinn wenn man dann konkret betroffen ist ich gehe mal wieder zurück ich habe also jetzt von der wikipedia was erklärt vom bsi und da ist hier als nächstes die zeile windows 10 strich 11 braucht keinen externen virenschutz das ist jetzt eine behauptung vom schweizer datenschutzbeauftragten da klicken wir mal drauf digitale schweiz initiative für smart switzerland steht da ist also hier was offizielles hier unten sehen wir dann eidgenössischer datenschutz und öffentlichkeitsbeauftragter kann man sich informieren klickt man da drauf dann sieht man so eine art tätigkeitsbeschreibung und ist also alles sehr informativ wenn ihr betroffen seid oder ihr habt solche aufgaben zu erfüllen könnt ihr euch anschauen ich finde das sehr gut was hier gemacht wurde dann wollen wir mal den nächsten anschauen hier steht schweizer armee cyber defense ist ja im augenblick auch hochgradig relevant ja hier kommt jetzt erstmal wieder die sache mit den cookies ich gehe mal auf einverstanden die können das ja euch sehen dass ich mich dafür interessiere so da steht hier was von cyber defense wir wissen im augenblick dass der krieg in der ukraine auch durch rechtzeitige bereitstellung von informationen entschieden wird dass da im internet viel gemacht wird es wurde am anfang versucht die kommunikationsstrukturen der ukraine zu zerstören ich habe am anfang auch was von dem satelliten gestützten internet was ellen musk der ukraine bereitgestellt hat erzählt das ist alles interessant im augenblick hat man den eindruck da findet in der ukraine grad auch die endkontrolle für cybersicherheit statt abgesehen davon dass natürlich auch die neuesten waffensysteme in der praxis erprobt wird so wollen wir uns weitere sachen angucken ich gehe mal zurück und schweizer armee haben wir uns angeschaut aber hier steht educa ch ict und bildung das ist ja jetzt am relevantesten wie gestalten wir den digitalen bildungsraum kann man also eine ganze menge finden fragen zu datenschutz und datennutzung digitalisierung in der bildung podcast also man kann sich hier vielseitig informieren ich fand es sehr gut will das euch aber nicht hier vortragen ich gehe mal wieder zurück zu meiner excel arbeitsmappe die hier immer noch im browser geöffnet ist letzten eintrag den ich hier habe den will ich noch erklären weil er sehr wichtig ist wenn man dann mal betroffen ist dann sollte man das wissen was hier steht kommt auch wieder vom bsi bundesamt für sicherheit in der informationstechnik man kann sich das ja auch alles übersetzen lassen wenn man dann hier bei mir im kurs als jemand teilnimmt der deutsch als fremdsprache spricht das was hier steht das sollten sie tun wenn wenn also so ein schadprogramm auf dem gerät vermutet wird trennen sie das gerät vom netzwerk schalten sie das wlan aus oder entfernen sie das netzwerk kabel starten sie einen virenscan setzen sie das system neu auf das ist das sicherste und natürlich dass man sofort die passworte ändert weil es kann sein dass durch diese schadsoftware die passworte dann den angreifern bekannt worden das sollte man also auf jeden fall tun nachdem wir hier die empfehlungen vom bsi zur kenntnis genommen haben das sollten sie tun wenn ein schadprogramm auf dem gerät vermutet wird wollen wir uns auch mal ein bisschen mit dem defender beschäftigen das habe ich ja angedeutet ich rufe den mal auf über die taskleiste und da haben wir hier schon die windows sicherheits app und da sehen wir dieses bild hier überall grüne haken das gibt sicherheit aber eben nicht zu viel wollen wir uns einfach mal den viren und bedrohungsschutz anschauen da habe ich gerade drauf geklickt und da sehen wir aktuell gibt es keine bedrohungen die letzte überprüfung war vor kurzem war also nicht allzu lange das war also der schnelle überprüfung dabei wurden 44 113 dateien überprüft das reicht vielleicht für den täglichen gebrauch aber gelegentlich vielleicht einmal die woche einmal im monat vor allen dingen dann wenn ich im verdacht habe es könnte vielleicht was gekommen sein dann gehe ich hier auf die scan optionen und da sieht man da kann man auch die vollständige überprüfung mal wählen und dann wird das auch alles geprüft was auf der festplatte ist und das kann auch mehrere stunden dauern so steht es ja auch hier das was für euch prüfungsrelevant sein könnte so ähnliche fragen habe ich da schon gesehen bei der überprüfung die benutzer definierte überprüfung und da gehe ich jetzt mal auf jetzt überprüfen da wählt man sich dann die festplatte aus die überprüft werden soll also ähnliche fragen habe ich da gesehen und dann geht man auf beispielsweise auf d und ordner auswählen und jetzt geht es los jetzt kommt erst mal so eine schätzung wie viele stunden das dauern wird ich mache das natürlich jetzt nicht zu ende das ist also jetzt so ein kleiner hinweis wie einfach das geht wenn man hier den defender laufen lässt ich schließe den jetzt mal mein rat wenn ihr was gefunden habt und ihr seid nicht ganz sicher macht das was hier steht und dann sprechen fachmann an oder eine fachfrau weil wenn man das erste mal damit zu tun hat kann man viel falsch machen so das dazu jetzt gehe ich noch mal zum schluss zur arbeitsmappe zurück da sehen wir ja noch mal die links die wir hier eben verwendet haben an die links kommt ihr ganz einfach ran wenn ihr in der beschreibung zum video auf dieses hier klickt diese diesen link zur arbeitsmappe das erste blatt diese arbeitsmappe ist mit staat und information beschrieben was da enthalten ist habt ihr ja eben schon gesehen das zweite blatt heißt transkript und übersetzungen das was ich jetzt hier habe das ist noch von der folgen vom vorigen video aber da ist das gleiche prinzip in der ersten zelle dieser tabelle sehen wir hier das was die spracherkennung von mir erkannt hat könnt ihr ja dann überprüfen wenn ihr mal mitgelesen habt ob das stimmt also das ist auch das was in den untertiteln angezeigt wird das kann man sich dann automatisch auf englisch übersetzen lassen da sehen wir englische texte die sind kürzer nur noch 88 prozent der länge habe ich hier wie bei dem deutschen original wenn ich das was hier automatisch übersetzt wurde wieder ins deutsche übersetze damit mache ich dann den rückschluss ob das was da in der übersetzung steht auch sinnvoll ist dann sehen wir das ist also sehr dicht an dem original allerdings sind hier sogar kommas gesetzt was im deutschen überhaupt nicht passierte in der in der ersten spalte hier aber hier wurden dann kommas gesetzt und das ist auch hier im französischen passiert im ukrainischen da habe ich mehr fehler gefunden beim zurück ins deutsche übersetzen aber man kann immer noch verstehen worum es geht so das ist also dann auf der tabelle transkript und übersetzung zu finden dann habe ich hier noch eine dritte tabelle die ihr auch im internet anschauen könnt über den link der dabei youtube in der beschreibung ist da habe ich das vokabular zusammengestellt und zwar nicht jedes wort was ich spreche sondern nur das was bei den menschen die deutsch als fremdsprache sprechen über das mittlere niveau hinausgeht das mittlere niveau ist das b1 niveau und diese worte die darüber hinausgehen die stehen hier das sind so etwa 200 worte und das was ich da gesprochen habe steht in der ersten spalte wenn man dann zum beispiel mal eine erklärung braucht zu dem wort bedrohungen klicke ich mal drauf und da sieht man bedrohungen das ist die mehrzahl und da findet man dann hier auch die grammatikalischen merkmale im dictionary also da will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen ihr seht das ist damit gemeint genauso bei dipel die übersetzung wird also auch mehr geliefert als nur die reine übersetzung was frets ist hier kann man sich das also auch vorsprechen lassen und alternativen gibt es auch also die liefert da eine ganze menge gehen wir noch mal zurück dann habe ich das auch noch mit translate google ist also ähnliches wie bei dipel früher war es nicht so gut aber mittlerweile kann man also auch mit translate google eine ganze menge bekommen dann habe ich hier noch die suchmaschinen verknüpft auch mit bedrohungen wenn ich da jetzt drauf klicke dann haben wir hier ist im strafrechtlichen sinne ein gefährdungsdelikt das stimmt ja auch kann man sich aber dann auch die bilder anschauen lassen zu den bedrohungen die es da so gibt ja das will ich jetzt nicht für die anderen beiden suchmaschinen auch noch erklären gibt es ja noch bing und dak dak go ihr wisst jetzt auch etwas mehr über die unterrichtsmaterialien die ich hier bereitstelle wenn ihr da weitere hinweise habt und tipps freue ich mich wenn ihr euch meldet ansonsten bedanke ich mich für aufmerksamkeit tschüss